Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Batman Arkham City. Wir müssen hier den wunderschönen Stromlader hier benutzen, um die Tür aufzubekommen. Die geht nicht auf, laufen, drunter durch, fertig. So, dann nehmen wir den, äh, wie heißt der da, äh, irgendwie, ja, explosiv... Ja, wursch, ganz egal, explosiv gehen. So, schon wieder ein Telefon. Wo soll da bitte ein Telefon sein? Ich brauche das Funkgerät. Ich sollte das Funkgerät nehmen. Damit kann ich Pinguins Funksprüche abhören. Ja, und wo ist das Funkgerät? Nicht vorhanden. Stufenanstieg. Kampfpanzer. Habe ich den, habe ich den nicht gerade, hä? Ach, da bin ich gestorben wahrscheinlich, ja. Da, Kampfpanzer. Verbessert. Wait a sec, verbessert, woohoo. Okay, so. Und umdrehen und einfach wieder sprengen, so sieht's aus. Genau das hatte ich auch vor. Wir gehen hier hin, Riddler-Trophäe wieder einsammeln und wieder rauf. Da oben ist eine Tür. Die sollte aufgehen. Oh, hi, kaputt, tot. Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguinen abhören. Verschlüsselte. Achso, wir müssen das schon wieder machen. Aktives Abfangen aktiv. Wow. Zweimal aktiv in einem Satz. Gotham City. Wo liegt's die Parkwind? Gut. Sieh zu, dass es auch so bleibt. Kein Problem. Zuhören. Der Boss will, dass wir alles dicht machen. Keiner geht rein oder raus. Wenn Joggers Leute auftauchen, schießen. Was ist mit Batman? Auch umlegen. Was? Einfach so? Ja, einfach so. Aufmachen hier, komm. Na, was weiß ich? Wie sollen wir es denn erkennen, wenn wir sehen? Was heißt Breeze überhaupt hier? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Pinguin ihn haben will. Das genügt mir. Wir finden es nicht. Es ist nicht hier. Einen Moment. Oh, mein Gott. Wollt ihr mir damit etwas sagen, dass ihr alle so in Kommen seid? Pinguin überwacht seine Männer mit Herzfrequenz-Messgeräten. Er wird es merken, wenn ich einen davon ausschalte. Ich muss schnell sein. Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ausschalten. Komm. Lass. Lass. Rauf da. Da sehen sie mich nicht. Komm. Hat er gerade gesagt, wach auf, der ist tot. Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Zeig dich, Freikling. Zwei wenige. Steuern wir. Und zack. Ich bin sicher, dass es von da kam. Genau das mache ich auch jetzt. Und das gleich nochmal. Voll. Schub. Schneller. Zack. Ich möchte sie damit nur ein bisschen. Aber nur ein ganz klein wenig. So richtig ganz klein wenig ansatzweise. Moment, ich habe jetzt eine Idee. Nein, nicht zurück. Nicht zurück. Oh. Alter. So. Genau das hatte ich vor. Denn. Wir machen das ganz klug. und versuchen einfach nicht aufzufallen. Oh Gott. Leute. Bewegt eure Ärsche her. Sofort. So schnell ging das. Er kam von hier drüben. Wow. Wo ist der, der aufgegeben hat? Wo ist der, den ich verhören soll? Mann. Wo ist Freeze? Er ist im Museum. Der Pinguin hat ihn. Ich werde dir wohl die Zunge rausschneiden müssen, Kleiner. Ich mag nicht, wenn die Leute über mich reden. Nein. Tut mir leid, Mr. Kabelpot. Er hat mich gezwungen. Kannst du ihn haben, Batman? Hier in meinem Museum bin ich sicher. Versuch doch, mich zu holen. Ich habe noch eine Menge Überrasungen für dich. Und wer ist überhaupt nicht? Hey. Rette Mr. Freeze im Museum. Vor dem Pinguin. Okay, das, das. Das klingt nicht gut. Alfred. Hallo, Sir. Haben Sie das Heilmittel von Mr. Freeze bekommen? Es gab Komplikationen. Der Pinguin hat Freeze in seiner Gewalt und mich im GCPD-Gebäude eingesperrt. Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie sterben werden, wenn Sie das Heilmittel nicht bald finden. Danke für den Hinweis, Alfred. Ich bin in einem Polizeigebäude. Kabelpot muss einen Beamten bestochen haben und der hat ihm die Zugangscodes der öffentlichen Gebäude verraten. Ich lade die Codes gerade runter. Also, so eine Gigabit-Leitung möchte ich auch haben. So, jetzt bin ich mal raus hier. Hier, glaube ich, ne? So. Null. Da machen. Da einsetzen. Los geht's. Was muss ich hier machen? Ihr habt keine Ahnung, was ich da suchen muss. Ach ja. Cool. Perfekt. Hat funktioniert. Ne, das ist alles gut. Neue Ausrüstungverbesserung verfügbar. Ja, dann gleich mal ausprobieren hier. Ausrüstung. Ne, Ausrüstung. Ja, Ausrüstung. Da. Kryptografie-Energieverstärker. Sammle meinen Stufenanstieg durch. Okay. Gut. Schwer ist interessant gerade. Ne, also ich weiß nicht, was damit gemeint war. So, hier raus da. So, da ist jetzt die Tür offen. Äh, aber ich glaube, ich muss hier einfach raus, ne? Einfach hier raus latschen. Raus aus der Tür, genau. Genau, genau das hatte ich vor. Alter, lass mich raus. Schnell. Hab doch gesagt, es funktioniert. Spreng die Brücke und die Leute vom Klauen sitzen fest. Ganz einfach. Ich nicht. Aber Mr. Kabelpot, wir sitzen auch fest. Und? Wohin? Wohin? Really? Wir können nicht zurück. Und das heißt, was? Nun, nur dass sie uns hier bei den Leuten vom Klauen zurückgelassen haben. Versuch ein paar von ihnen umzulegen, bevor du stirbst, Junge. Boah, ist das assi. Nein, ich bin nicht für euch da. Haut ab. Anscheinend hat Mr. Kabelpot beschlossen, in Aktion zu treten. Überlasst sie ihrem Schicksal. Wird interessant sein, mitzuerleben, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Protokoll 10 aktiv ist. Tiger Zentrale hier, Air Tiger 5, habe die Kirche im Blickfeld. Irgendwelche Lebenszeichen? Was? Sperrbereich. Hm? Tiger gestetigt. Air Tiger 3, Patron. Moment mal, ich wollte noch was anderes probieren. Und zwar hier, da, dort. Was ist das? Da war doch gerade was. Egal. Ich muss hier hin, ne? Rette Mr. Freezer im Museum vor dem Pinguin. Ja, gut, dann. Hin dort. So. Nein. Anscheinend sind Jokers Männer und er suchte nach Mr. Freeze. Wirklich? Ich wusste nicht mal, dass er hier ist. Ich auch nicht. Ich habe gelesen, dass er alles seiner Frau zuliebe tut. Hier muss irgendwas Schlimmes zugestoßen sein. Dass ich nicht lache. Ich war mal Buchhalter und jetzt... Ach, Scheiße. Joker soll Freeze selbst suchen. So lange... Das ist wirklich ein guter Plan, weil da braucht man nicht richtig suchen, sondern kann man einfach nur sagen, ey, wir suchen doch die ganze Nacht, wir sind doch die ganze Zeit unterwegs, wir suchen die ganze Zeit nach Freeze. Dann nochmal, was sind das für Pflanzen? Die kenne ich irgendwoher. Sag mal, interessierst du dich etwa für Blumen? Ach, Quatsch. Ach, da muss Batman hin. Sieben Stunden? Ja, jetzt muss ich mich beeilen. Ja, du, ich bin doch nicht so langsam hier. Da und dort. So, eine auf die Nuss. Zack. Alter. Hier. Zack. Und mit dem eigenen Schläger eine über den Kopf geballert. Beide auf einmal. Genau das ist, was ich sehen wollte. Ey. Ihr wollt alle Schläger benutzen, ne? Habe ich recht oder habe ich recht? So. Hier. Zack. Geschieht hier recht. Hier genauso. Alter. Ist das dein Ernst? Und deines erst. So. Dann da. Zack. Eigener Schläger in die Fresse. Bam. Noch einer. Danke, Schläger. Zack. Leider. Ich kann den Schläger nicht aufnehmen, ne? Leider. Okay. Wo sind wir hier? Pi. Was? Ach. Pi Institute. Okay. Und wieder hier so, ne? Arkham City. Oh yeah. Ja, okay. Dann stehen wir hier vor dem Pi Institute. Wir sind glaube ich richtig. Genau. Moment, ich stelle mich mal so hin. Da schaue ich nämlich genau in die richtige Richtung. Ich muss da rein. Ja. Ich würde sagen, das gibt es auch wieder in der nächsten Folge zu sehen von Back... Back. Ja. Von Batman Arkham City. Also. Batman. Bis zum nächsten Mal. Mit Batman Arkham City. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.